Dies sind die einzigen Fotografien, die in der Dresdner Bombennacht im Februar 1945 in der Innenstadt der Elbmetropole entstanden sind. Sie zeigen das Inferno, zerstörte Häuser und Menschen, die den Feuersturm beobachten. Geschossen hat sie Hans-Joachim Dietze. Der damals 15 Jahre alte Dresdner hatte zufällig die Kleinbildkamera seiner Eltern dabei, als 254 Maschinen der britischen Royal Air Force 900 Tonnen Bomben bei der ersten Angriffswelle abwarfen. Sein Elternhaus nahe des Hauptbahnhofes bekam einen Volltreffer ab. Nur mit Glück konnte Hans-Joachim Dietze damals aus dem Keller des Hauses fliehen. Und als ich dann rückblickend auf den Wiener Platz unser brennendes Haus sah und diese ungeheure Flammenglut der Pragerstraße, dieser schönen einzigen Luxusstraße Dresdens, der Prachtstraße, dann hat es mich einfach gepackt. Ich wollte unser Haus noch einmal mitnehmen, das Elternhaus, allerdings im Erleben des Unterganges. Dem Schrecken der Bombennacht blickte Dietze vor 65 Jahren mehrfach angsterfüllt ins Auge. Bis heute haben sich die Bilder tief in sein Gedächtnis gebrannt. Das Chaos und auch das Elend der vielen Menschen, Flüchtlinge vor allen Dingen aus den östlichen Reichsgebieten, die unter freiem Himmel dort zwischen den Bahngleisen lagerten mit ihrer letzten Habe. Dieses Verzweifelte, wenn man um sich blickte, man sah sich stadtförmig verglühen. Schuld daran war der enorme Feuersturm, den die Minen, Sprengen und Brandbomben entfachten. Insgesamt 15 Quadratkilometer von Dresden wurden so zerstört. Menschen, die versuchten, dem Feuersturm zu entkommen, die wurden einfach erfasst. Ich habe es gesehen, wie eine Mutter in das Zentrum der Glut hineingewirbelt wurde, die sich einfach nicht mehr auf den Boden fassen konnte. Der Feuersturm, der durch die Straßen raste und alles erfasste. Beim zweiten Angriff wurde Hans-Joachim Dietze verschüttet, war umgeben von Toten und Flammen. Doch er wurde gerettet und konnte fliehen. Die Fotos der Nacht ließ er wenig später entwickeln. Das war auch gut so, denn nachdem die Russen einmarschiert waren, konfiszierten sie die Kameras samt Film. Es war alles tot und nur die Menschen waren damit beschäftigt, erstes Leben hereinzubekommen. Es war sehr schnell, und das muss ich immer wieder betonen, eigentlich keine Lethargie, sondern im Gegenteil. Der Wille, naja, wir haben noch nicht an Aufbau Dresdens gedacht, aber die Stadt schnell wieder zum Leben zu erwecken. Der Mensch wird nie sich unterkriegen lassen. Er wird sich immer wieder an den eigenen Haaren aus dem Dreck herausziehen. Und das haben wir in Dresden auch getan. Zwischen 18.000 und 25.000 Menschen starben bei den Angriffen auf Dresden. Eine Zahl, die oft missbräuchlich um das Zehnfache nach oben gedichtet wurde. Erst vom Reichspropagandaministerium, dann vom DDR-Regime und heute von der NPD, wie Dietze sagt. Diese Instrumentalisierung des Leids hält der 80-Jährige für eines der traurigsten Kapitel in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Untertitelung des Leidens